Was ist die häufigste Pathophysiologie des Fiebers? Die Pathophysiologie befasst sich mit Veränderungen oder Prozessen, die im menschlichen Körper als Reaktion auf das Vorhandensein von Krankheiten oder Verletzungen auftreten. Fieber ist der Anstieg der Körpertemperatur über das normale Niveau. Die Pathophysiologie des Fiebers ist daher der Anstieg der Körpertemperatur aufgrund der durch eine Krankheit verursachten Veränderungen. Es gibt viele Ursachen für Fieber. Die häufigste Pathophysiologie des Fiebers ist jedoch auf eine Infektion mit eindringenden Organismen wie Viren und Bakterien zurückzuführen. Andere Ursachen sind Dehydration und andere Erkrankungen, die Entzündungen im Körper hervorrufen. Eine sehr warme Umgebung kann auch zu Fieber führen. Bestimmte Medikamente haben auch Nebenwirkungen, die zur Manifestation der Fieberpathophysiologie führen können. Die normale Temperatur des menschlichen Körpers beträgt 37 Grad Celsius. Die Pathophysiologie des Fiebers tritt im Allgemeinen dem Körper auf, wenn die Körpertemperatur mehrere Stunden oder Tage lang über das normale Niveau ansteigt. Es wird oft als signifikant angesehen, wenn die Körpertemperatur über 38 Grad Celsius steigt. Eine Möglichkeit, die Körpertemperatur zu messen, ist die Verwendung eines digitalen Thermometers. Ein digitales Thermometer ist ein Gerät, das die Körpertemperatur ablesen kann, wenn es unter die Achselhöhle, in den Mund oder in den Anus eingeführt wird. Das Eindringen von Bakterien oder Viren in den Körper stellt häufig eine Herausforderung für das Immunsystem dar. Das Immunsystem, die Abwehrkräfte des Körpers gegen Infektionen, produziert oft Zellen, um deren Ausbreitung im Körper zu bekämpfen und zu kontrollieren. Die Aktivierung dieser Zellen durch das Vorhandensein von Bakterien verursacht bei dem betroffenen Individuum häufig eine Fieberreaktion. Fieber wird daher oft als Zeichen einer Infektion angesehen, die im Körper vor sich geht, und dass der Körper darum kämpft, diese Infektion zu kontrollieren. Dehydration ist ebenfalls ein häufiger Faktor bei der Entwicklung der Pathophysiologie des Fiebers. Durchfall, Erbrechen und übermäßiges Schwitzen ohne Wasserersatz sind die Ursachen der Dehydratation. Andere Erkrankungen wie Arthritis und Leukämien können ebenfalls Fieber verursachen. Hitzschlag, der in den Sommermonaten häufig auftritt, ist ein weiterer Auslöser für den Ausbruch der Fieberpathophysiologie. Bei der Behandlung von Fieber werden häufig antibyretische Medikamente oder Arzneimittel eingesetzt, die bekannter Massen die Körpertemperatur senken. Ein leichtes Fieber verschwindet normalerweise ohne die Einnahme dieser Medikamente. Patienten mit Fieber werden häufig auf das Vorliegen einer Infektion untersucht. Wenn eine Infektion durch Bakterien das Problem ist, werden häufig Antibiotika verschrieben. Die Patienten werden auch ermutigt, sich ausreichend auszurühen und täglich genug Wasser zu trinken.